Ich bin die Leiterin von Panorama und ich heiße Sie herzlich willkommen heute Abend zur Vorführung von einem Gewinner von Glashütte Original. Wie Sie vielleicht wissen, ist das ein intersektionaler Preis. Das heißt, der Film hat mit Wettbewerb, Perspektive Deutsches Kino, Forum, Kulinarisches Kino, mit allen Wettbewerb. Und Sie sind die Gewinner dieses Jahres Panorama. Ein Film von Panorama, wir freuen uns sehr. Nicht nur haben Sie diesen Preis gestern Abend gewonnen, sondern auch der Panorama-Publikumspreis. Also es ist das erste Mal, dass die Jury und das Publikum zusammenkommen. Vielen Dank. So, with your permission, I'm going to switch to English, because we have the whole team, well not the whole team, but the director and the main cast from the documentary film, the winner of the best documentary of the Berlin Halle 2019, Talking About Trees, by Saheb Gassmalbeki. Please go to our page. Well, first of all, thank you for being here. Thank you, thanks to Panorama, to Benemal, to Baz, to Mikhail, to Nimi, and Yonad, Miriam, all the people who received us here and helped us every day. I mean, well, I'm very sick, actually, since yesterday. The moment I received the prize, I got sick. So, what has in that way? Anything you would like to say before the film? No. Maybe, too. Did you say? To Benem. Thank you, too. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.